So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Heute mit dem vielleicht größten Film aller Zeiten, Krieg und Frieden, ein 7-Stunden-Epos aus Russland, aus den 60er Jahren. Die berühmte Verfilmung von dem gleichnamigen Roman, eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur. Der Film selber wurde damals auch mit dem Oscar als bester ausländischer Film ausgezeichnet. Und ja, wir haben hier die Blu-ray von Bildstörung, ein ganz, ganz tolles Label. Und die haben sich jetzt quasi das Master, welches auch Criterion für ihren Release verwendet hat, geschnappt. Und haben das Ganze mit einer deutschen Synchro versehen, und zwar von der DEFA, also quasi der deutschen Synchron-Landschaft aus der DDR. Denn nur dort lief der Film auch ungeschnitten in Westdeutschland, hatte man eben nur eine geschnittene Fassung, die dann auf drei Teile gesplittet wurde. Und in der ursprünglichen Fassung geht der Film eben über sieben Stunden. Ja, und es ist eine tolle Sache, dass man hier sich die Mühe gemacht hat, die Synchronfassung zu restaurieren und eben diesem Film beizufügen. Das Ganze wurde in der Schauburg in Karlsruhe gemacht, weil man dort eben noch ein Original 70 Millimeter Projektor auch hatte, wovon man das Ganze dann abtasten konnte. Und natürlich ist auch der russische Originalton hier mit drauf, mit deutschen Untertiteln. Aber bei sieben Stunden, denke ich, kann es durchaus mal angenehm sein, nicht nur Untertitel lesen zu müssen. Ja, der Film sprengt alle Dimensionen. Es sind insgesamt 12.000 Statisten, also oder sogar noch mehr. 23 Tonnen Schwarzpulver wurden verwendet. Dazu wurden 40 Museen angefragt, die dann eben Kostüme und Ornamente und Verschiedenes für den Film beigesteuert haben. Das Ganze wurde eben von der Regierung genehmigt und wurde kostenlos zur Verfügung gestellt. Also die über 12.000 Statisten sind zum Beispiel Soldaten aus dem Militär, die dafür abgestellt wurden. Wenn man die alle hätte bezahlen müssen, quasi die Filmcrew, dann wäre das exorbitant geworden preislich. Aber so hat es quasi der Staat übernommen. Und deswegen ist statistisch gesehen immer noch Cleopatra, die Verfilmung mit Elizabeth Taylor, auch in meinen Augen ein Meisterwerk, ist immer noch der teuerste Film. Allerdings hat der eine ziemlich durchwachsene Produktionsgeschichte mit verschiedenen Unwettern, was zu Verlegungen von Standorten geführt hat. Dann hat sich das Ganze hingezogen. Elizabeth Taylor wurde krank etc. pp. Was dann summa summarum den teuersten Film gemacht hat. Aber der hier ist eben in einer ähnlichen Dimension angesiedelt und allein deswegen schon filmhistorisch absolut interessant und wichtig, den mal gesehen zu haben. Auf einer Bonus-DVD finden sich dann noch diverse Making-ofs. Man hat hier auch vom WDR eine Doku lizenziert von 1966. Also das ist richtig, richtig cool. Und ich finde es auch ganz gut, dass man das auf eine extra DVD ausgelagert hat. Bei der Criterion, die war ja auf zwei Disks beschränkt und dort hat man eben das Bonus-Material aber noch direkt auf die Blu-ray gepackt. Das wird dann natürlich schon voll so eine Disc. Die ist nicht unbegrenzt. Und ja, hier hat man dann noch, bildstörungstypisch hat man das so als Einleger, den man eben so drum spannen kann. Und dann hätte man hier nochmal das Cover ohne FSK-Logo in schwarz mit roter Schrift. Und hier hat man noch Werbung für ihre anderen Filme, die sie herausgebracht haben. Coherence und Es ist schwer in Gott zu sein, habe ich euch ja schon vorgestellt. Ja, übrigens, wenn ihr das direkt im Shop bestellt, kriegt ihr noch sieben Postkarten mit Motiven aus dem Film. Ich habe das jetzt über Amazon bestellt, weil es da eine Aktion gab, dass man da einen 10-Euro-Gutschein für einen Artikel seiner Wahl verwenden kann. Und dann habe ich mich jetzt hier für die günstigere Variante entschieden. Aber ich lobe jeden, der direkt seine Support-Bildstörung gibt und dort vor Ort bestellt. Ja, wie man hier schon sehen kann, das sind wunderbare Aufnahmen dabei mit toller Farbgebung. Und ich habe schon mal in den Transfer ein bisschen reingeguckt, in den ersten Teil. Und die Datenrate bewegt sich so im 15er-Bereich, also 15 Megabyte die Sekunde. Und es sah für mich eigentlich ganz gut aus. Klar, das Filmkorn ist da. Es ist auch teilweise ein bisschen stärker. Aber ich finde, es hat schon auch HD-Feeling. Man muss bedenken, es wurde minderwertigeres Filmmaterial einfach verwendet. Man hatte da jetzt nicht so das High-End-Equipment zur Verfügung bei der Produktion dieses Films. Und für das, finde ich, sieht es sehr gut aus. Man hat farblich so ein paar Fluktuationen. Aber nichts, was mich jetzt groß abgelenkt hätte. Und hier übrigens tolle Disc-Motive, wie ich finde. Und dann hat man hier noch die Bonus-DVD. Also auch hier finde ich schöne Motive gewählt. Und dann hat man hier auch wieder ein ganz tolles Bild. Ich habe auch mal in eine der Schlagtszenen reingeguckt. Und Wahnsinn, die Kamera wirkt unglaublich modern meiner Meinung nach. Hier übrigens, das nehme ich an, ist das original russische Kino-Plakat-Motiv. Das da verwendet wurde, sieht auch richtig toll aus. Und, ähm, ja, also ganz tolle Kameraperspektiven. Äh, viele Overhead-Shots. Also, was man heute ja gern mit der Drohne macht, dass es so spektakulär aussieht, dass man dann quasi wie so ein stiller Beobachter über die Szenerie hinwegfliegt. Haben sie damals eben auch schon gemacht. Ich nehme mal an, mit einem Helikopter dann. Äh, das konnte nicht ganz so stabilisiert werden. Deswegen wackelt das gerne mal ein bisschen heftiger. Aber es sieht unglaublich beeindruckend aus. Darüber hinaus scheint es wohl auch so zu sein, dass man immer wieder die Gedanken der Charaktere aus dem Off hört. Gerade auch im Krieg. Ähm, das ist schon echt spektakulär. Und, ähm, ja, das Booklet hier hat 24 Seiten. Und, ähm, das ist ja auch richtig, richtig cool mit viel Text. Ihr seht das ja. Und, ja, ein bisschen schade ist, dass man nicht alle, äh, Extras der Criterion lizenzieren konnte. Ähm, wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen gewesen. Aber man hat sich eben Gedanken gemacht, hat eigene, äh, Extras einfließen lassen. Und, ja, ich freue mich total auf diese siebenstündige Epos. Ähm, ein ganz, ganz großer Film in jedem Fall. Und, ähm, wie eingangs erwähnt, filmhistorisch einfach total wichtig. Heute ist das natürlich alles am Computer, wenn man derart große, äh, Schlachtszenen drehen will. Und damals eben alles noch Menschen. Ja, das soll's auch schon gewesen sein. Danke fürs Anschauen. Unterstützt Bildstörungen, unterstützt den Release von solchen, äh, besonderen, äh, Filmen. Ja, das ist wichtig, dass das für die Nachwelt festgehalten wird. Und, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und habt eine gute Zeit. Servus.